Ja, wo ist deine Frau? Ja, wo ist deine Frau? Wo ist deine Frau? Wie heißt der? Oh Gott! Wer länger braucht, heißt sie jetzt. Ach so, ich mach bloß deinen Kopf. Das ist ein schönes Problem. Wo ist jetzt meine Frau? Eine Sebul? Das ist schon wieder wie früher. Kennt ihr jemand gerade zur Zeit hier? Ja, das ist ein junger Mann. Ja, das ist ein junger Mann. Wir bedauern uns. Wir bedauern uns. Wir bedauern uns. Wir bedauern uns. Ciao, ciao. Ich hab mich auch ein Kamerad aufgeweist. Ah, das ist ein Kamerad aufgeweist. Andrea, tschüss. Ja, wo ist denn? Ja. Ich bin ja jetzt nicht mehr hinterher, ich sag ja jetzt tschüss. Ich hab mein früheres Ding auch nicht mehr nachgekriegt. Ich sieh's jetzt nicht, dass ich jetzt gerade ein Video mach. Du bist ja weltweit verredeter als YouTube.